Hallo meine lieben Freunde, nach etlichen wieder mal gescheiterten Versuchen ein weiteres Rocket with Casual Match Video aufzunehmen, hoffe ich dass es heute mal klappt. So, was für eine Verbindung habe ich hier? Ach, das ist ein Xbox Spieler. Ich kann auch immer jetzt gerade sagen, das ist von Manimate Säuse. Nice ist anders. Ach Alter, mach die Augen auf. Guter Suss. Oh, das finde ich doch gar nicht so richtig zu sein. Ja, übertreibt, geil. Ach, das ist doch toll. Schuss das alignment. Ach, das stimmt. Ach, das stimmt. So, jetzt gehen wir mal an. Halte Vektor Ja. Ja. Und jetzt auch die 1 3 4 5 4 5 5 5 6 4 5 und da muss drin sein ja, erste Runde läuft doch schon mal gut da haste ah, ok, das war jetzt klar, dass er das zweite aufgibt so, weiter geht die nächste Runde ich hab gerade mal 100 Punkte ich mach das mal äh, ach so ok, war der schneller am Ball komm, den lasse ok, war richtig mies ok ja, mate, läuft bei dir immer du dir dabei gedacht hast was macht denn der von Rauheiten der Typ eigentlich gut, der kommt gut, der kommt gut, der kommt sogar sehr gut 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 weg, alter das wird dann meine erste Mieterlage, mal gucken ob meine sehr viel gereicht ist wie sonst immer hat, zwei Siege, eine Mieterlage schon es geht jetzt ich will mich das ist so dass es er ich jetzt hat er endlich mal reingehauen dazu offensichtlich ah fuck Mensch was ist denn jetzt so verhalten auf weil der Typ hier eigentlich voller Lappen ist Nächste mach ich mal rein schief 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 Ja, gut. Oh Oh Was machst du? Da ist auch noch... Oh, so ein Lappen, ne? So ein verdammter Lappen. Jetzt komm! Oh, dieser Lappen ohne Witz! Dann geht's doch... Oh, du... Oh, du... Oh... Sehr gut! Komm, kick move! Du verdammter Anwächser! Das wäre der sichere Sieg gewesen! Nein, wie behindert muss man sein! Und da ist deren Sieg! Steht vor einem leeren Tor und kriegt die Pille nicht rein! So einen muss man mal haben! Muss man erst mal hinterher schreiben, ey, du sag mal, kannst du mit dem Spiel Genster gehen! Ich bin ja echt nicht gerade der Beste, aber das muss man echt mal hinkriegen! Die Niederlagefassung unnötig! Und ab in die letzte Runde, Leute! Das ist noch nett! Das ist noch nett! Ach, Glück, Gott! So, jetzt, mate, mate, mate! Da kann man es auch nur fein, bei... Ey! Bei Sachen wie diesen verstehe ich endlich, warum es Emos gibt! Ohne Witz! Warum es diese emotionalen Opfer überhaupt gibt! So, äh, nicht, dass ich mir jetzt irgendwas da gegen Emos sagen wollte, aber... Eigentlich sind sie emotionale Opfer, ich mein... Ja, endlich! Wunderbar! Weil, ne, die lassen sich ja von ihrer Emotionalität und Depressivität unterkriegen... Jedenfalls die... Dings, ne, aber... Naja... Ich hab noch nirg'n glücklichen Emos gesehen! Ich hab noch nirg'n... Knopf... Knopf... Blut... ... und... ... und... ... und bei... ... ... ... ... ... ... Schönen, schönen. Jetzt hab ich Kacke gepaucht. Jetzt hätte fast ein Tor... ... bleiben können. So, macht man das! Schön drüber, wumm, mit den Kanonen im Vordergrund. Das wird nur da, wumm. Da kam die Natsen. Wie darfst, wumm. Das war's, Love, Reino. Das war's. Jo, der ist drin, das wäre ich nix aus, also der war nice. Hm, ich nehme an den Käufer, 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 Käufer! Ah, hab ich auf der falschen Seite gestanden, ok, super alt. Ja komm, was denn du? Sehr schön, sehr schön! Sehr schön! Ja komm, was denn du? 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 Ja. Und damit war's das mal wieder, ich bedanke mich und auf Wiedersehen!